Hallo und ganz herzlich willkommen zu Let's Play Conquest auf dem GOMHD-Server. Es sind noch, ja, jetzt genau 15 Sekunden bis zum Beginn der Runde und ja, ich spiele glaube ich das zweite Mal und Voting wurde beendet. Wir spielen eine Map Bismarck. Ha, witzig. Äh, scheiße. Wir haben jetzt vor kurzem eine Geschichtsarbeit über Bismarck geschrieben. So, ach, diese Map, okay, die kenne ich aber. Kriegsschiffe, mhm. Bismarck, ich erzähle jetzt nichts zu Bismarck, weil das würde euch wahrscheinlich schrecklich langweilen. Wir haben eine Granate und ein Schwert. Es läuft. Ach, kacke, hätte man sich irgendwie noch was aussuchen können. Ich glaube, man hätte doch irgendwie noch aussuchen können, was man, ähm, sein möchte für eine Klasse oder weiß ich nicht. Wie viele, einige sind etwas, sehen etwas anders aus, haben zumindest andere Rüstung. Aber egal, ich habe ein Eisenschwerd und habe mich doch ganz zufrieden hier. So, jetzt gehen wir mal hier außen rum, der Weite. Wir müssen da ja irgendwie so Plattformen einnehmen. Da wäre es wahrscheinlich, das Team bin ich eigentlich rot. Gut, da wäre es vermutlich besser gewesen, wenn ich... Oh, fuck, was mache ich hier? Ich bin voll YOLO. Ne, weißt du, Leute, ich gehe mal hier weg. Hoi! Hoi! Den haben wir getötet, gut. YOLO MOLO sind wir hier unterwegs. Die Granate hat ja richtig krass viel gebracht, wir haben getötet, aber jetzt sind wir so gut. Wie tot! Man guckt, wenn hier, ich habe keinen Plan, was man hier eigentlich machen muss. Was bringt uns das Navigator? Loll. Ach, so, der kann uns in verschiedenen Basissen bringen. Okay. Jetzt nicht anfangen, nein, ich brenne. Scheiße. Ah, okay, das war aber meine, eben so eine komische Basic, die wir... Sag mal, da ist jetzt so ein roter Balken. Das ist wahrscheinlich dann eine von uns. So verstehe ich das zumindest. So. Da oben irgendwie Tickets. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Mann. Das bedeutet Tickets vielleicht, weil wir schon so häufig gestorben sind. Und wir verlieren immer ein Ticket, wenn jemand stirbt. Und dadurch dann wiederbelebt wird. Hoi! Oh, der ist aber auch schnell unterwegs. Hoi! 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 Na, wir haben ihn aber auch getötet. Weiter geht's hier. Ja, wir haben noch sehr, sehr wenige Tickets. Level up. Hm. Ach, wahrscheinlich haben die sich schon... Ah, deswegen haben die andere Sachen... Weil die so geile Sachen gekauft haben. Äh, weil die so... Ja, ja, ihr versteht schon, ne? Hm. Okay. Naja. So, da oben wurde auf jeden Fall gerade was von uns eingenommen. Das ist natürlich nicht so geil. Da gehen wir mal hin und gucken, dass wir das... Das war natürlich schon mal richtig gut. Auch wenn es jetzt individuell nicht sonderlich viel gebracht hat. Überall, wir gehen jetzt mal hier weiter. Wir sind zwar so gut wie tot. Tschüss. Oder... Ja, verpiss dich. Oh, du wurdest zurückgesetzt. Hoi! Wir sind tot. Scheiße. Ähm... Oder müssen wir zu den Roten? Ich weiß es nicht. Warum weiß ich das nicht? Mano. Ein Spielmodi, den man nicht verstarrt. Versteht. Macht ganz besonders viel. Bars. So, jetzt haben wir fünf Punkte bekommen. So, jetzt haben wir hier einen über... Ähm... Einen... Eingenommen. So, jetzt haben wir... Der Deutsch. Gucken wir mal hier weiter. Weite... Oh, hier geht es ja gar nicht so gut lang. Das ist natürlich voll schade. Jetzt gehen wir mal... Ja, schön. Oh, der hat aber tolle Items. Oh! Ich habe den Punkt nicht bekommen. Obwohl ich ihn versucht habe zu schlagen. Oh, nö. Jetzt hängen wir hier in diesem Loch. Geht es hier auch irgendwie hoch? Was ist denn das? Für eine Scheiße. Mhm. Schöne Region hier. Ja, urlaubsreif bin ich. Ja, der ist spät gemerkt, dass das ich bin. Oh, der hat Speed. Der verpisscht dich hier. Der Pookie sagt, er fickt dich. Oh, yeah. Oh, yeah. Das war shit. Ich weiß gar nicht... Oh. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige hier mache. Ich bin so gut wie tot. Hi. Oh, wie wir den zerberstet haben. Und wir waren wer weniger. Runter geht's ja. Runter, 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 runter. Jetzt. Wie? Schöne Region. Oh. Komm. Hoi, hoi. Scheiße, schnell töten. Komm, komm, komm. Oh, yeah. Weltklasse. Oh, das war ja richtig stark. Hey, doch nicht da. Warum? Ich könnte mich doch nicht alleine lassen. Fuck. Oi. Wo bin wir denn hier? Wo bin wir denn hier? Okay. Warte, ich bewache das hier. Ist das ein Hakenkreuz? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Wie lang ist denn die Runde schon? Oh, sieben Minuten. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin voll leise. So kommt es mir zumindest vor. So kommt es mir zumindest vor. Mal gucken. Das sieht irgendwie leiser aus als sonst. Ich glaube, ich weiß warum. Ups, ich habe gegen mein Mikrofon geschlagen. Das ist natürlich nicht so. Nee, ich werde das jetzt nicht anders machen hier. Weil wenn ich das jetzt anders mache, ist die Totspur ungleichmäßig. Und das freuen wir ja auch nicht. Überwachen das immer gut. Ich gehe mal weg, Leute. Ich bin mal weg. Macht ohne mich weiter. Ihr schafft das. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Aha. Hm. Ah, das Blauteam hat gewonnen. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Oh, wir wären fast in Top 8 gewesen. Scheiße. Ich weiß nicht, warum wir jetzt verloren haben. Aber egal. Es war eine sehr interessante Runde, würde ich sagen. Und wenn ihr mehr Konkrest wollt, auch wenn ich den Spielmoni noch nicht ganz verstanden habe, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Und tschö mit Öl.